Es freut mich, heute Dieter Jauch in seiner Rolle als Senior Product Solution Manager begrüßen zu dürfen. Ich glaube wirklich, beim Energiemanagement ist es extrem wichtig, dass man da flexibel ist. Jeder nutzt Energie anders. Der eine hat ein Elektroauto, der andere hat eine Wärmepumpe. Und da helfen wahrscheinlich auch so Technologien wie Machine Learning, also künstliche Intelligenz. Der Mensch, der das programmiert, der muss halt auch diese Intelligenz irgendwie umsetzen. Das heißt, vom Einfamilienhaus bis hin zum großen Gewerbeobjekt. Alles möglich, genau. Also bis, ich sage mal, auch mehrere hundert kW kann man da mitbauen, ist auch jetzt kein Problem. Viel Erfolg bei der Umsetzung der Projekte. Machen Sie Energiemanagement bei den Kunden möglich. Mit Luxon haben Sie da auf jeden Fall den nichtigen Partner. Dankeschön.